Hi, ich bin Melanie Retzlar von Business mit Struktur und in diesem Video schauen wir uns an, wie du Marketing Burnout vermeiden kannst. So vermeidest du Marketing Burnout. Es gibt immer mehr Influencer, YouTuber, Instagrammer, die hunderte, tausende von Follower haben und dann ankündigen, dass sie fertig sind. Sie werden ihren Kanal nicht mehr bespielen. Das war das letzte Video, das war der letzte Post und sie sagen, es tut mir leid, ich habe kein Interesse mehr daran. Diese Geschichten hören wir immer öfter und viele geben die Rückmeldung, dass sie in eine Art Burnout gerannt sind und deswegen dieses Projekt oder diesen Kanal nicht weiter bespielen können. Und dass dir das Ganze nicht passiert, dafür können wir uns jetzt hier gemeinsam diese Präsentation anschauen. Marketing, wenn du als Unternehmer unterwegs bist, ist eine absolute Notwendigkeit. Jedes Unternehmen benötigt Marketing. Diese Aussage gilt besonders, wenn du in einem Käufermarkt agierst. Ein Käufermarkt ist ein Markt, wo das Angebot größer ist als die Nachfrage. Und die meisten Märkte in unserer westlichen Welt sind Käufermärkte. Also der Kunde hat die maximale Auswahl. Also 20 Arten von Zahnpaste, welche nehme ich? Hier ist es besonders wichtig, wenn du wahnsinnig viele Wettbewerbe hast, dass du Marketing machst, dass du deine Reichweite vergrößern kannst, dass du deine Sichtbarkeit vergrößern kannst. Das Gegenteil von einem Käufermarkt ist ein Verkäufermarkt. Hier ist das Angebot kleiner als die Nachfrage. Diese Unternehmen müssen sich nicht wirklich auf Marketing fokussieren, sondern eher auf die Effizienz der Produktion. Ich nehme mal ein Beispiel für einen Verkäufermarkt. Während Covid hatten wir nicht genug Desinfektionsmittel und so weiter. Also das ist natürlich ein Beispiel für einen Verkäufermarkt. Hier ist das Angebot kleiner als die Nachfrage. Und diese Unternehmen mussten sich in der Zeit natürlich nicht aufs Marketing spezialisieren. Ich kenne dein Unternehmen nicht. Ich gehe mal davon aus, dass du aber wie viele von uns in einem Käufermarkt agierst. Das heißt, um das Thema Marketing kommt man nicht drum rum. Marketing kann aber sehr schnell zum Fass ohne Boden werden und Unternehmer in den Burnout bringen. Marketing ist nämlich ein Marathon und kein Sprint. Und wenn du einfach sehr schnell sprintest in den anfänglichen Jahren, dann kannst du das nicht auf Dauer durchhalten. Und dann kommt es nämlich zu dem Punkt, dass du dir wahrscheinlich viele Follower, eine große Reichweite aufgebaut hast und dann ankündigst, tut mir leid, Leute, ich mache das nicht mehr. Damit dir das Ganze nicht passiert, kannst du dich davor schützen, indem du dich fragst, wie kann ich Marketing machen, dass ich das dauerhaft durchhalten kann. Dieses wie ist eine bessere Option, als überhaupt in Frage zu stellen, ob du noch Marketing machst. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Es gibt zwei Arten von Stress. Das ist der Distress und der Eustress. Und Eustress ist positiver Stress. Der gibt dir Energie. Und Distress ist negativer Stress. Das nimmt dir Energie. Also wir haben ja im Leben auch schon Sachen gemacht, die haben wahnsinnig viel Energie gekostet im Sinne von Arbeitsleistung. Du hast Stunden daran gearbeitet, aber irgendwie hat es deine Batterien noch aufgefüllt, weil du so interessiert daran warst. Und du kannst natürlich Distress erfahren, wenn du unterfordert bist. Da hast du wenig Aufmerksamkeit, Apathie, Langeweile, Verwirrung. Also zum Beispiel ein Arbeitsloser. Man denkt ja so, der hat so viel Zeit. Wenn ich so viel Zeit hätte wie der, dann würde ich so und so viel machen. Also würde ich das und das machen. Aber das ist natürlich, Arbeitslosigkeit ist eine absolute Stresssituation. Und auch wenn du eigentlich theoretisch viel Zeit hättest, weil dir diese Situation so viel Energie zieht, kann das sein, dass sogar der Müll runterbringen zu viel Arbeit schon für dich ist. Dann haben wir so dieses Optimum. Das ist der Eustress. Hier bist du in der Lage, rational zu denken. Du kannst fokussiert arbeiten. Du hast Zugang zu deiner inneren Weisheit und du bist emotional ausgeglichen. Und dann haben wir natürlich noch den Distress, den wir eher wahrscheinlich alle kennen. Und zwar, das ist, wenn wir eigentlich überfordert sind. Hier sind wir im Burnout. Hier sind wir in der Panik. Hier verhalten wir uns unorganisiert und sind nicht mehr fokussiert. Also das ist dieser typische Fall, wenn einfach zu viel auf der Agenda steht. Der Tag hat nicht genug Stunden, um alles durchzukriegen. Und wir sind einfach überfordert. Und fühlen uns irgendwie immer, als wenn wir nur im reaktiven Modus. Genau, also es gibt diese zwei Arten von De-Stress. Diese Unterforderung, diese Überforderung. Und der Eustress ist eigentlich eine Art von Optimum. So, bevor ich weitermache, möchte ich dich gerne einladen, diesen Kanal hier zu abonnieren und auch auf die Glocke zu klicken, wenn du den noch nicht abonniert hast. Denn dann kriegst du eine Benachrichtigung, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Gut, wenn es jetzt darum geht, okay, Eustress gibt uns Energie. Und De-Stress nimmt uns Energie. Dann können wir ja einfach mal diese Übung machen, um herauszufinden, na ja, was ist denn das bei mir persönlich, was mir Energie nimmt und was mir Energie gibt. Und ich fange immer gerne mit dem Negativen an, weil es uns einfacher fällt, also dem meisten fällt es einfacher zu erkennen, was wir nicht wollen, als das zu erkennen, was wir wollen. Und ich habe das jetzt mal ganz an meinem Beispiel genannt. Und das kann für dich natürlich total anders aussehen. Genau, legen wir einfach mal los. Also was nimmt mir die Energie? Mir nimmt zum Beispiel es wahnsinnig viel Energie, High-Production-Videos zu machen. Und zwar liegt das daran, dass bei diesen High-Production-Videos die Verpackung wichtiger ist als der Inhalt. Und mir geht es persönlich immer um den Inhalt. Ich will ja was lernen. Natürlich ist es okay, wenn da eine schöne Schleife drumherum ist und das attraktiv aussieht. Aber wenn die Schleife wichtiger wird als der Inhalt, dann stresst mich das. Mini-Content-Formate stressen mich auch total. Das muss bei dir gar nicht so sein. Für mich stresst mich das, weil immer, wenn ich einen Content produziere, möchte ich mich dadurch weiterentwickeln. Wenn ich nur etwas produziere für den anderen, wo ich dann aber keinen Weiterentwicklungsnutzen habe, dann kriege ich dadurch Stress, weil ich das dann nur als lästige Arbeit sehe. Und bei Mini-Content-Formaten, da ist so wenig Substanz drin, dass mich das eben stresst. Inhalte, die über die Zeit verschwinden, stressen mich auch, weil ich hier das Gefühl habe, ich poste dann etwas, was ich kreiert habe und dann hat es einen Einmaleffekt und dann verpufft das. Da sind also keinerlei Hebel drin und das stresst mich. Live-Formate stressen mich auch, weil auch hier dieser Live-Modus dann wichtiger wird. Fangen wir pünktlich an? Sind die Leute da? Ist der Link der richtige? Ich muss sie nochmal erinnern, dass sie live kommen und so weiter. Das stresst mich auch wieder, weil dann das Drumherum wichtiger wird als der Inhalt. Und was mich auch stresst, ist, wenn ich keine Links posten kann. Also wie bei Instagram, da ist es ja ziemlich schwer, weiterführende Links zu posten, weil die Plattform nicht so ausgerichtet ist. Warum stresst mich das? Naja, weil wenn ich einen Content poste, dann habe ich so viele Materialien, weil ich das schon so viele Jahre mache, die ich auch im Nachhinein posten möchte. So, wenn du mehr wissen willst, dann mache dies und so weiter. Und ich habe einfach das Gefühl, dass ich das dann nicht weitermachen kann. Ja, also den Leuten weiter auf ihrem Weg helfen kann. Genau, also das ist das, was mir die Energie gibt. Und wenn ich das weiß, dann kann ich im Umkehrschluss ja dann vielleicht leichter sehen, was ich eigentlich möchte oder was mir die Energie gibt. Und zwar, was mir Energie gibt, ist inhaltliche Substanz. Wenn ich mich mit einem Thema wirklich beschäftigen kann im Marketing, das gut mal ausarbeiten kann, um dann zu teilen. Dann einfache, aber professionelle Produktion. Ja, natürlich ist es gut. Eine meiner Werte ist Klarheit. Mir ist es wichtig, dass der Inhalt klar dargestellt wird, dass man das auch verstehen kann. Ja, das darf schon sehr professionell aufgebaut sein, aber eben einfach, damit die Verpackung nicht wichtiger wird als der Inhalt. Dann, was gibt mir Energie? Content, der dauerhaft für mich arbeitet. Wenn ich das Gefühl habe, ich mache mir jetzt einmal hier richtig Arbeit und dann habe ich auch im Nachhinein etwas davon, dann gibt mir das einfach Energie. Ja, wenn ich dieses, oh, ich gebe mir jetzt hier Mühe und dann ist es nur ein Tropfenhaufen auf dem heißen Stein, das zieht einfach alles raus bei mir, ja, an Energie. Wenn ich aber weiß, Mensch, stimmt Mühe, die ich mir hier gebe, da profitiere ich auch noch in zwei, drei, vier, fünf Jahren von, dann gibt mir das Energie. Ja, dann die Produktion. Dass ich das jederzeit produzieren kann, je nachdem, wann ich inspiriert bin. Ob das in der Nacht ist, ob es am Wochenende ist, ob es morgens ist. Und hier in diesem Zug möchte ich noch gern sagen, es gibt viele Leute, die sich sagen, die ihre Reichweite ankündigen, jeden Montag ein neues Video. Das kann für manche das Richtige sein, weil sie dann den nötigen Turnus haben, um dabei zu bleiben. Für mich wäre das absolut destruktiv, weil ich keine äußere Motivation brauche. Ich habe die Eigenmotivation, aber es muss in meinem Rhythmus sein. Und wenn ich quasi verspreche, jeden Montag ein neues Video, dann habe ich quasi das aus der Hand gegeben. Und wenn ich dann mich verändern möchte, weil ich merke, oh nee, jetzt geht es gerade da lang, dann fühle ich mich da eingeschränkt. Also das, Produktion zu jeder Zeit möglich, das gibt mir Energie. Ja, und auch, wie gesagt, wenn ich Call to Actions danach zu meinen Angeboten machen kann, weil die Angebote sind ja nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern sie sind ja die tatsächliche Lösung für das eigentliche Problem, was ich hier anspreche. Denn faktisch gesehen, natürlich kann ich Inhalte produzieren, um eine Reichweite aufzubauen. Aber die tatsächliche Lösung für die Probleme meiner Zielkunden ist ja in meinem Angebot drin. Da habe ich ja viele Jahre für gearbeitet, um denen die entsprechende Lösung zu geben. Und deswegen ist das natürlich wunderbar für mich, wenn ich danach meine Angebote auch präsentieren kann und sagen kann, hey, wenn du das jetzt wirklich vollumfänglich lösen möchtest, das Problem, dann komm zu mir, ich habe da was entwickelt für dich. Gut, also, dein Wegweiser. Eu-Stress kann als Wegweiser verstanden werden. Dein höheres Ich leitet dich auf deinem Weg über Gefühle wie Enthusiasmus und Interesse. Das ist nicht von ungefähr, dass du dich für etwas interessierst und für etwas nicht interessierst. Weil wir können so viele Entscheidungen treffen, und wir können so viele unterschiedliche Wege gehen. Woher weiß ich denn, was der richtige Weg ist? Indem du dich von deinem höheren Ich leiten lässt über die Gefühle wie Enthusiasmus und Interesse. Deine Produktivität wird größer, die Qualität wird besser, wenn du dich davon leiten lässt. Ich habe das schon öfter mal gesagt, ich hatte vor vielen Jahren mal eine Marketingagentur und habe Marketingdienstleistungen angeboten und da hatte ich einfach nur die Stress. Das lag nicht daran, dass ich Marketing als Thema nicht mochte. Ich habe mich total gerne weitergebildet, aber ich hatte keinen Enthusiasmus und kein Interesse, die Dinge für meine Kunden zu tun. Also ich bin kein geborener Dienstleister. Wenn ich eine E-Mail kriege, wo mein Kunde mir sagt, Melanie, mach mal den Button blau anstatt grün, dann konnte ich schon im Dreieck springen. Also es war ein wahnsinniger Stress. Ich hatte keinen Enthusiasmus und musste dann erkennen, das ist nicht mein Weg. Mit Business, mit Struktur ist das Ganze anders, weil letztendlich ist es immer noch, ich mache das Thema, ist gleich geblieben. Ich mache es nur anders. Und jetzt helfe ich Leuten, sich selbst zu helfen und das interessiert mich. Und hier, weil ich hier in meinem Element bin, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mehr Energie reinzugeben, weil ich keine Reibungsverluste habe bei dieser Tätigkeit. Und das hat mir mein höheres Ich quasi durch diese Gefühle gezeigt, dass ich kein Dienstleister bin, jedoch aber eine Art Mentor und ich Leuten helfen kann, sich selbst zu helfen. Achtung aber, du darfst die Stress nicht so mit Angst verwechseln. Angst ist eher ein Gefühl, was dir zeigt, dass es etwas zu heilen gibt oder vielleicht eine Kompetenz zu erweitern ist. Zum Beispiel, manche haben Angst, sich zu zeigen in einem Video. Da muss man wirklich ehrlich mit sich sein, weil du könntest jetzt so sagen, ah ja, ich habe bei Melanie geredet, wenn das ein Dienstress ist, dann ist das nicht mein Weg. Das muss nicht notwendigerweise sein. Vielleicht ist hier einfach eine Blockade da, die geheilt werden darf. Und wenn die geheilt werden darf, würde dir das auch Spaß machen. Aber im Moment, weil du Angst davor hast, dich in einem Video zu zeigen oder frei zu sprechen oder sowas, das muss nicht unbedingt der Wegweiser sein, dass dir das Leben sagt, mach das nicht. Also hier kann es wirklich sein, dass hier etwas geheilt werden darf oder einfach eine Kompetenz erweitert werden darf. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich hatte früher absolute Angst vorm Schreiben. Absolute Angst vorm Schreiben. Ich hatte kein Talent dafür. In der Schule haben mir sogar meine Lehrer signalisiert, dass ich das nicht gut mache. Und ich habe eine richtige Schreibangst entwickelt. Und jetzt hätte ich mir auch sagen können, ja, nee, das ist wohl das Zeichen, dass ich nicht schreiben soll. Das Leben hat mich aber immer wieder zu dem Thema gebracht, zu dem Thema Marketing, Content-Marketing. Ich kam dann nicht mehr drum herum zu schreiben. Und ich habe es dann geschafft, diese Angst zu überwinden. Und jetzt ist das Schreiben einer meiner stärksten Werkzeuge, um mich zu entwickeln und Wert für die Menschheit zu leisten. Und hier muss man wirklich ehrlich mit sich sein, dass man Angst nicht verwechselt mit mein höheres, ich sage mir, ich soll da nicht hingehen, hinzu, Mensch, Enthusiasmus, Interesse, das ist mein Weg. Also sagen wir mal so, wenn du aus Angst etwas vermeidest, was du eigentlich tun sollst, wird das Leben sowieso Wege finden, dich immer wieder dahin zu führen. Also sei lieber gleich am Anfang ehrlich zu dir, wenn du es kannst. Denn ansonsten machst du viele extra Runden und versuchst, der Sache aus dem Weg zu gehen. Aber das Leben leitet dich immer wieder dahin, dass du der Sache eben nicht aus dem Weg gehen kannst und diese Angst überwinden sollst. Das nur als kleiner Hinweis, dass man das nicht verwechselt. Es ist schwer, es ist schwer auseinanderzuhalten. Aber da dieses Reflektieren und diese Ehrlichkeit zu sich selbst ist eigentlich der Schlüssel dazu. Was bedeutet das Ganze? Also jetzt haben wir die kleine Übung gemacht, was mir Energie nimmt und was mir Energie gibt. Und jetzt muss ich das natürlich in praktische Ergebnisse, nicht Ergebnisse, aber praktische Leitfäden packen. Und zwar, wenn ich jetzt sage, Substanz ist mir wichtig, ich will mich mit Inhalten substanzhaltig beschäftigen, dann bedeutet das natürlich, dass mein Blog und mein YouTube-Kanal als primäre Marketingkanäle dienen sollen. Weil Instagram ist einfach zu dünn. Weiter hatte ich gesagt, naja, wenn die Verpackung wichtiger ist als der Inhalt, dann stresst mich das. Gut, dafür ist dieses Format Präsentationsslide statt High Production. Das können für andere, also ich mag diese High Production Videos auch. Ich gucke mir die auch gerne an. Aber in meinem spezifischen Fall ist das kontraproduktiv, weil es mir darum geht, die Inhalte stark zu entwickeln. Und Instagram und Co. nur als sporadische Ankündigungsplattform zu nutzen. Also es heißt ja nicht, dass man die anderen Sachen gar nicht machen darf, aber man kann ihnen ihren Stellenwert geben. Und wenn man das für sich geklärt hat, wo sind meine Prioritäten und ich Instagram zum Beispiel nicht als meine Priorität machen muss, dann entspannt mich das. Das heißt nicht, dass ich jetzt mein Konto löschen muss und dem abspöre, aber einfach nur, dass der Fakt, dass ich die Priorität richtig gesetzt habe, hilft mir innerlich, in meinem Kopf schon mal zu entspannen. Und das musst du natürlich auch machen, wenn du die Übung gemacht hast, was zieht mir Energie, was gibt mir Energie, dann musst du es übersetzen. Was bedeutet das denn jetzt genau für mein Marketing? Weiterhin solltest du aber unbedingt Marketing lernen. Da sollst du auch nicht dran sparen. Wenn du durch deine Situation, also weil du vielleicht schon merkst, Instagram oder weiß ich was, also was auch immer das ist, was dich da stört, solltest du nicht in den Widerstand gehen, Marketing allgemein. Widerstand ist immer schädlich für dich, weil wenn du im Widerstand bist, sagst du, ich baue eine Mauer auf und egal was der sagt, ich lasse das gar nicht zu. Ich höre da gar nicht hin, weil ich glaube, was der mir sagen wird, gefällt mir nicht. Widerstand ist eigentlich, wir gehen in den Widerstand, wenn wir vergessen haben, dass wir einen freien Willen haben. Niemand kann uns sagen, was wir machen müssen und was wir nicht machen müssen. Wir entscheiden selbst, was wir tun. Wir haben freien Willen. Und wenn du absolut klar bist, dass du es machen kannst, wie du möchtest, dann musst du auch nicht in den Widerstand gehen, wenn dir irgendwelche Coaches oder Businessberater oder sonst sagen, und wenn du fünfstellig sein willst, sechsstellig sein willst, dann mach das, 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 das. Ja, also da kommt ja dieser Widerstand her. Ist das die Schuld des Coaches? Vielleicht, weil er vielleicht einen blöden Stil hat oder sowas. Ja, keine Ahnung. Oder ist nicht so dein Ding, wenn er ein bisschen zu auf die Pauke haut oder so. Aber der Widerstand ist immer schädlich für dich. Mach dir klar, dass du freien Willen hast. Du kannst dir die Sachen anhören und du solltest dir die Sachen anhören, weil es viele Sachen gibt, die weißt du noch nicht. Und wir wissen ja nicht, was wir nicht wissen. Deswegen ist es sinnvoll. Lerne weiter über Marketing und treff dann die Entscheidung, wie diese Prinzipien, die du vermittelt bekommst, dann mit deinen Bedürfnissen in Einklang gebracht werden können. Also ich sage dir nicht, du musst jetzt einen YouTube-Kanal machen. Ich sage dir nicht, du musst jetzt Cold Calling machen. Es ist sinnvoll, sich mal das anzuhören, was es alles gibt. Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Was sind die Prinzipien dahinter? Und ob du denn etwas machst und wie du etwas machst, das ist dann deine Entscheidung. Also Widerstand, wenn du merkst, du bist im Widerstand, dann hast du deinen freien Willen aufgegeben oder glaubst, ihn nicht zu haben. Was sind deine nächsten Schritte? Marketing ist natürlich nur ein System von mehreren in einem funktionierenden Business. Wenn du einfach mal schauen möchtest, wie du mit deinem Business, wo deine Baustellen sind und wie du weitergehen kannst, dann buch dir doch einfach bei mir mal ein kostenloses Erstgespräch. Da können wir einfach mal gucken, wo du gerade stehst mit deiner Unternehmung und was die nächsten Schritte sein sollen, um deine Ziele zu erreichen. Ich verlinke dir den Buchungslink mal unter diesem Video und dann können wir einfach mal one-on-one sprechen und ich darf dich kennenlernen. Vielen Dank, dass du hier warst. Also rassel nicht in den Marketing Burnout. Das ist zu vermeiden. Wir müssen hier einen Marathon laufen und deswegen sollten wir auch dafür sorgen, dass man das auch wirklich durchhalten kann. Bis zum nächsten Mal. Ich sehe dich in einem anderen Video.